jetzt holt er mich ja sie hörte schon ihr hörte schon skadi ist dabei dabei ist dabei aber die sind gerade mitten in der runde ist ein bisschen abgefuckt läuft der lachs gibt gab es wieder einen code gab es nicht auch nicht auf toilette kappa das war witzig dank für die nachfrage bei mir noch nicht ist echt gut danke 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 gut 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 ich komme guten tag sie denkt sich jetzt auch noch eine dann die schwarze salz zu stadt was macht er sich also sie macht mit okay sieht es aus wie du mag ich alles gut was los vollgefressen jetzt verstehe ich hat man nie Bock zu reden danach das stimmt einfach nur hinlegen und nix machen genau ich will den Sack aber bescheuert das ist wie mitzwecken hm doch eigentlich doch einfach wenn ich das anrufe weil doch soll ich einfach das ankommen die mitzwecken würde ich muss mit chris noch nehme ich noch einiges klären ja so gut wie läuft kleine Reha ähm momentan eigentlich gut mhm er ist total aufgeregt dass er wieder nach Hause darf sehr schön ja jetzt müssen wir bloß noch die Fahrt planen zum abholen weil das ja schon ganz schön weit stückisch hin ist mit seinen ganzen Klamauken kann er ja eh nicht mit dem Zug fahren und deswegen ja sehr gut deswegen holt mein Vater mich erst mich ab und dann fahren wir dahin sehr sehr gut mhm ich könnte da herkommen denn am 11 eine Überraschungsparty mhm mhm er würde sich bestimmt freuen wenn Mama hier ist und du hier wo Paul dann vielleicht noch Franzi Franzi vielleicht noch die hat er schon ewig nicht mehr gesehen mhm gucken wir mal dann essen wir noch ein bisschen Kuchen und dann könnt ihr ja wieder gehen ach so da hab ich aber nur selbst gemacht die Erdbeertorte dann komm ich und ich ein Schwarzwälder Türschkorte von Wiesenhof mach ich ach gekauft auch noch wenn dann mach ich sie selbst das ist leicht nein das ist leicht noch die ess ich doch gar nicht aber die ist leicht zu machen ich ess die gar nicht das war so ein vorher Emote und Erdbeertorte kriegt man schon hin weil Erdbeeren gibt es ja schon mehr zu kaufen frische sag doch dass ich breit drücken muss meine Güte breit wir sind doch schon in der Lobby ja deswegen ja ich aber sag doch bereit dass ich jetzt äh in der Lobby bin bereit mit der Random bereit jep nooo meine Damen und Herren das Rad so ist es ab gehen wir rein oh Junge ach der Random macht nix mach nix mach nix random mach nix ja fein random aber schon lustig dass sie mitspielt soll sie machen ist in Ordnung das Duchen geht ja zwar nicht schneller aber aber leider ist sie nicht aus Deutschland sie kommt aus Slowenien naja gut das ist ja nicht schlimm ich kann nur halt nur kein Deutsch mehr ist das nicht ja wir können uns nicht so richtig verständigen ja naja ein bisschen auf Englisch wird sie ja wohl können oh krass wie sieht das denn aus wow wow das könnte man voll als Hintergrundwild nehmen geil gleich mal das Füßlaut machen mal 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 okay wie viele runden hatten wir das letzte mal gemacht 5 glaube ich 5 muss ich jetzt noch machen bis ich wieder auf dem alt bewährten zurückgehen darf ne äh muss ich gleich mal nachgucken ich will nämlich keine runde mehr machen weil das ist echt anstrengend vor allem man sieht man kann die Gegend nicht mehr beobachten weil man die ganze Zeit immer beim Checkpoint ist im und Lied so ein Stahltitel robert ist neben mir ja das kann das kann nur was gutes bedeuten kappen ja geht leider nur zu dritt schau bella sei meine zinderella ich habe mich ich hatte ich habe nicht ein die ganze runde nicht ein leute werden du bist einfach untergefallen ja moin wir machen totem ich höre den keller ich weiß nicht von wo ja aber es ist ein komisches stöhnen noch nie gehört jetzt kommt das ja ich weiß wie ich hab ich bin scheiße doch nicht also Prozent das mit der Taschenlampe lasse ich mal lieber ne welcher nicht richtig los drin ich werde mir nie wieder Taschenlampe mitnehmen wer ist denn der? der Feinsteller das ist ein Killer ja krass wollte ich einmal mal die Taschenlampe ausprobieren hat hat nicht ganz funktioniert ich kann damit auch nicht klar der hat sich verabschiedet er ist eine falle ja moin hier ist eine falle du musst dich reparieren hä wieso? du musst dich reparieren ach man ich achte darauf auch nie dieses scheiß gelbe an der Seite wer soll das denn sehen dieses blöde gelbe dass man sich genesen muss das ist so ekelhaft das ist euer scheiß Ernst ja ich habe mich angehoben ja 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 da vorne ja 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 so robert ja hat er irgendwo fallen aufgestellt mt keine Ufff, 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 ufff. Ufff, ufff. Ufff, 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 ufff. Ufff, 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 ufff. Ich mach den linken Ausgang. Ich bin am linken Ausgang. Hm? Oh, nööööö. Hebt er dich auf? Ja. Ja, ja, ja. Ich komm nicht holen. Ich bin ganz in der Nähe. Wir sind beide in meiner Nähe. Ja. Etwas stört das Totem. Ah, er kämmt. Er kämmt. Er macht vor mir eine Falle. Ah, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Sonst Lock ihn weg und dann rennt zum Ausgang. Ja. Ja. Ich renne einmal rum, renne einmal rum. Ja, ja. Und ich hau ab. Ich muss abhauen. Oder? Warte. Nein, 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 nein. Ja, okay. Ich bin noch hier. Oh, warum zieht er mich weg? Nein. Jetzt hol sie. Oh, nein. Er ist genau in meine Richtung gelaufen. Ja, das war's dann wohl. Ich hätte abholen sollen. Copy. Schade. Er ist genau in meine Richtung gelaufen. Hecht gehabt. Wow. Oh, nein, 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 nein. Was neue Wiggeln ist so drum. Wie lange muss denn noch? Schade. Ich bin silber. Ja. Wirkwollens. Es ist einfach nur noch zirken. und bleibt sie drin ja sie hat schon breit gedrückt das kannst du dir an irgendeinen anderen hoch geld sparen und dann ich bin jetzt noch kurz noch Ging, ging an die auch. Halt mal ein Gemangen ist noch? Ja. Guck mal, da schon mal ein Gemangen. Hm, ein bisschen Essen mehr. Oh, ich hab tatsächlich auch eine Anfrage bekommen von ihr, ne? Echt? Mhm. Unser neuer Best Trend. Ja, wahrscheinlich. Aber macht doch nix. Nö, ist okay. Die spielt echt gut. Bei mir ist es ja nicht so schlimm. Ich bin ja jetzt nur über das Spiel mit ihr befreundet. Mhm. Und jetzt sagt er so, ja, du willst ja wohl nicht mit mir reden. Meine Güte, ich hab gesagt, ich zocke. Warum ruft er denn schon wieder an? Ich glaub's nicht. Ich bin gleich wieder an. Mhm. Geh doch kurz ran und mach dich dumm. Ich hab dich dumm. Achso, okay. Papa. Papa. Und Papa weiß aber, dass sie zockt. Mit uns. Mit uns. Ja, das interessiert nicht. Nö. Er kann doch mal Twitch gucken und mich mit dem Follow da lassen. Kapi. Ich glaub, er weiß nicht mal, wie das geht. Nee, glaub ich nicht. Einfach die App benutzen. Ich glaub, er weiß nicht mal, was das ist. Ja, wer weiß heutzutage nicht, was Twitch ist. Naja gut, ältere Generation halt. Mhm. Die kommen mit Technik ja nicht mehr klar. Ja. Los, Kids. Vielen Dank. So, wieder da. Baby. Alles klar. Genau richtig, geht gerade los. Jetzt habe ich es abgeklärt. Ich habe gesagt, ich würde gerne, ob er Samstag Zeit hat und dann sagte er, ich habe dir doch schon gesagt, dass ich Samstag keine Zeit habe. Und das hätte er dir jetzt nicht schreiben können? Nee. Und dann habe ich dann gesagt, ja, überhaupt nicht, auch nicht so eine halbe Stunde. Ja, was willst du denn von mir? Ich sage, willst du ja dann sehen. Also ja, nee, das muss ich jetzt wissen. Ich so, nee, also ja, kommen tue ich zu dir nicht. Ich hatte auch vor, zu dir zu kommen. Er so, ach so, ja, dann könnt ihr kommen. Dann hat er auf einmal Zeit. Ja, ja, dann ist okay. Ja, manchmal. Barbara, machst du das denn? Jetzt Samstag. Also Leon hat von Donnerstagabend bis Samstagfrüh Notdienst. Und wenn er es überreicht hat, dann fahren wir dann los. Wollt ihr dann mitkommen? Samstag geht nicht, haben wir Umzug. Stimmt, ja. Paul hat der Umzug. Aber da können wir ihr nicht helfen. Doch, ihr müsst helfen. Nee, wir können leider keine Bahn fahren. Und Lisa muss da wahrscheinlich auch arbeiten. Wer kommt denn mit dem Fahrrad, Kappi? In der Kälte. Ja. Nee, nee. Irgendwie sind das wirklich komische Soundeffekte, ne? Ja, das klingt immer so, als wäre es die Krankenschwerte. Es ist da. Es ist aber Hasi. Wer warst du los? Weil sie La 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 macht. Weil sie La 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 macht. La 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 La. La La La. La 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 La. Hier, falls einer Bock hat. Jetzt hat er mich gefragt, ob ich schwanger bin. Ja. Genau. Weil ich das denken kann von Yvonne. Yvonne denkt ja immer sowas sofort. Obwohl ich mit Papa auch reden wollte, wegen dem Haus, hat sie auch gleich gesagt, oh, ich kenn sie, ich sag, wie bist du schwanger? Ich sag, nee. Nur weil ich gesagt habe, ich möchte mit Papa gerne reden, alleine. Und ihnen da die Ansage ja machen. Und dann sie dann gleich mir geschrieben, privat, also alleine, ne? Nicht von Papa. Sie dann, ich sag, wie bist du schwanger? Hat es eigentlich geklappt? Ich sag, nein. Ich will einfach nur mit ihnen reden. Aber immer, wenn er weiß, dass es um was geht, wo man mit reden oder sowas, dann will er das eh immer sofort wissen. Dann kannst du dreimal sagen, ja, ich erzähle dir das morgen oder keine Ahnung. Ja. Ich erzähl's dir gestern. Oder so ist Franzi auch. Und ich sage jetzt zu ihr, ich muss mit ihr reden, hat sie morgen Zeit, sagt sie auch, nee, sag, 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 dann ruft sie auch an. Und ich will genauso. Ich muss auch immer sofort wissen. Warum liegst du auf dem Boden? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Mit einem Ball. Und da auf dem komischen großen Trecker ist, ist ein Tod dann. Normales. Hm, freigewickelt. Gut gemacht. Vor dem Harten. Komm. Oh mein Gott, ich bin leid. Alles gut, ist fertig. Äh, jetzt ist der hinter mir her. Aufs Glück, alles gut. Ja, genau. Glückst du da, wo Lisa vorher war. Ja, tatsächlich. Sie guckt mich an. Sie guckt mich die ganze Zeit an. Sie guckt, sie ist, sie kämpft. Ihr braucht mich nicht holen. Sag die Gana. Ah. Dankeschön. Ich komme von links. Ich halte sie so oben drauf. Die ist zu blöd, hier rüber zu klettern. Weiße, jetzt habe ich die Apfelsaft eingeklopft, obwohl ich mir einkippen wollte. Oder noch was drin war, ne? Egal. Ich bin oben auf dem Haus. Ja, wir machen hier eine Jane und Feld beim Haus. Sie ist lost. Sie ist lost. Bei mir hat sie auch erst dreimal daneben geschlagen. Wie weit ist der Jane oben auf dem Haus? Ein Drittel. Ja, ich komme hoch. Oder ist da nur Platz für einen? Ne, kann drei sein. Jetzt ist gleich die Hälfte. Ja, bis ich da bin und ich die Treppe gefunden habe. Hört ich. Könntest du mich ja vorher noch heilen. Oder auch nicht. Lass uns einfach durchziehen. Ja, kurz davor könnt ihr heilen. Also sie ist auf jeden Fall nicht so gut. Aua, meine Stolte! Mann! Oh, ich habe wieder Space gedrückt. Wenn es hackt, dann ist es immer, wenn diese Feuerwerke kommen. Das ist Absicht. Ich bin am Ausgang. Ob es der linke oder rechte ist, kann ich euch nicht sagen. Da wohl Lisa gerade hin. Oh mein Gott, danke schön. Nee, ich kann euch gerade nicht... Ich kann keinen von euch gerade sehen. Nee, wie kommt es mit dir noch auf? Ich bin dreiviertel offen. Ja, jetzt lege ich euch. Jetzt kommt, kommt. Weiter, weiter nach links, weiter nach links, weiter nach links. Ja, genau, geradeaus, geradeaus, geradeaus. Warte, noch heilen, noch heilen. Wo ist die andere? Ich weiß nicht. Also war... Sie kommt, aber ist egal, das schaffen wir. Wo ist die andere? Mach Taschenlampe nach oben. Dann sieht sie das. Wo ist Batman? Oder ist sie in einem... Ah, sie ist schon raus. Okay, lass es lappern. Pass. Geh raus, du bist die Letzte immer mit der Playstation. Noch einmal 400 Bonuspunkte, ja? So langsam sollte ich meine Blutpunkte ausgeben. Ja, dann mach das, dann sucht ihr jetzt einen aus. 916. 6.000 habe ich. Ja, dann sucht ihr jetzt einen aus und macht das. Dann macht das jetzt voll. Und wir warten kurz. Und dann ist gut. Nein, 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 nein. Natürlich. Nein, das ist auch zu lange. Dann könnt ihr auch in ein Gefecht gehen. Ein Gefecht. Dann mach du kurz und dann gehst du kurz raus, dann suchst du jetzt eine Ruhe aus und dann ballest du den hoch und dein Schwierbe weiter. Welcher Wahn, das den ich nehmen wollte? Na, diesen Jack, den Alina Spiel. Der leise. Den wolltest du nehmen. Den? Den Romero, oder? Nee, das ist eine Frau. Wie heißt der? Jack irgendwas, oder? Jack Park. Ach, der ist er. Den wolltest du eigentlich nehmen. Also, falls du einen anderen nehmen möchtest, mir ist sie sich... Egal. Eine Frau willst du ja nicht nehmen. Nein, um Gottes Willen. Oh. Nein, also nicht, 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 nicht. Ja, ist doch jetzt gut. Macht mal ein Spiel. Ich muss sowieso jetzt erst Talente machen. Ja, okay. Dann willst du kurz rausgehen nach dem Lobby dann? Ja. Okay. Dann machen wir jetzt eine Runde und dann ballest du den hoch. Hopi-Dopi. Hopi-Dopi. Oh, das war. Bereit. Ich habe gestern Franzi, äh, Lisa massiert und ich habe ihr anscheinend wehgetan oder so, und seitdem hat es jetzt mehr Rücken spät. Weitermachen. Ne, sie hat geknackt, so zwischen den Schulterblättern. Blattern, 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 Blattern. Blattern, 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 ich glaube. Ne, ist auch eigentlich nur schlimm, ich habe mich nur kurz aufgewundert und habe kurz aufgewertet und dann habe ich leichter massiert. Oh, das ist auch. Und dann habe ich leichter massiert, aber jetzt sitzt ihr halt da weh, wo es geknackt wird. Hm. Einfach nur ungewohnt. Der random ist raus. Oh, schade. Naja, irgendwann ist ein... Vielleicht, äh... Vielleicht musste ich auch ins Bett oder so, weiß man ja nicht. Dann war es später, ne? Kann sein, ja. Eine Stunde später, ne? Eine Stunde vielleicht, ja. Oder ist das nicht auch noch mitteleuropäische Zeit, Slowenien? Also die haben auf jeden Fall nicht so einen krassen Zeit. Ne, nicht so krass. Ne, maximal eine Stunde. Guck mal. So wird es ein... Ich fahre auf Slowenien, in Deutschland. Zu wenigen gehört mit zur EU. Ne, die haben es halt sich selber bezeichnet. Wir haben die mittelopäische Zeit, ne? Wir haben nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 deja vu erlebnis ist besser das mit generatoren ja wie ging das noch mal mit den statuen die angucken du musst du musst dich zu den hinstellen quasi so dass sie sich angucken also dass sie weg gucken von dir ist du dich einmal um und drehst dich wieder hin und dann gucken sie dich an die gehaft auch nein mein glücks spielt so nicht der wohl diese angst hat der wohl diese angst hat der samurain ach der mit dem schwert oder was mit dem schwertern der nervt umso mehr er aufgehangen hat umso stärker wird er ja du bist gleich bei 30 wo die denken ich weiß ich sag's lieber zehnmal und dann wird es dann wird hier sowas rotes ihr talent oder was das ist dann rot das sieht man jetzt bin ich weiß nicht genau das müsste auch stehen lehrbare talente lehrbare talente sind verfügbar blablabla okay orange eiserner wille das meinst du richtig und das ist wichtig die musst du immer freischalten was sind denn die neuen talente die freigestaltet werden ja die hast du dann jetzt für alle war okay nice genau also das kannst du jetzt in jedem blutnetz finden dieses talent und wenn du jetzt das nächste kommt bei stufe 35 und dann 40 und das dritte kommt bei 40 durch verletzungen hervorgerufen der schmerz werden um 50 prozent verringert verstehe ich nicht du bist leise also war das also nicht komplett leise sondern nur leise ja aber das geht ja noch höher okay es ist auch wieder ja genau das gibt ja auch gelb grün lila wie gesagt okay ja das freige sollte dann haben wir schon was hast ja noch und bei den beiden ja noch nicht gerade weit weg bin dann schön denn rechts von denen von denen aus links was die anderen weißt du dass wahrscheinlich sich heilen ja 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 und 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 vi ist in der scheiß totem oh mein gott gleich den zweiten schon fertig also den vorletzten wo seid ihr alle ich höre hier überhaupt nichts aber irgendwie mond generator stand da eben hatte ich auch schon ich habe ich habe gerade die tote da ist wieder orange seelenruhe und man hat sogar stufe 35 geschafft ja aber 900.000 blutpunkte scheiße was der kasse aber jetzt alle genau jetzt kannst du ihn schon mal ausstatten ich habe das totem jetzt gefunden jetzt beim weglaufen ich komme er ist noch hier ja ich sehe ihn aber den perk für leiser machen den muss ich ja hier nicht machen den habe ich ja schon naja wenn du ihn auswählst wählst du ihn aus der ist lila ja aber er bringt ja dann gar nichts naja doch du musst ihn schon ja ja 100 prozent ja ja also 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 er redet gar nicht erst komplett stuhl genau dann hast du noch das perk dass du haken sabotieren kannst ohne wegzeug kiste das ist dieser haken unten links das ist dieser haken unten links das ist dieser haken da werde ich mich mal haken sabotieren wer ist noch bei mir guck mal die gucken mich auch alle an die figuren ja so trägt die ich denke ich habe nicht einen kuchen bekommen ja ich wäre dann bereit wie weit leider ok aber man hört bei euch gar nichts ist ja nicht so viel los die sind sehr ruhig konzentriert ja man merkt das was haue ich denn rein naja er ist auch übel gut eins ich haue mal umwickelt nur umschlag haue ich mal rein falls jemand den hat let's go jetzt ist der toten man muss trotzdem den perk rein machen ich dachte den perk hätte er frei das perk musst du ja trotzdem verwenden das bringt ja sonst nichts ach so aber rein theoretisch könnte ich den perk jetzt auch bei anderen auch bei trite jetzt rein machen richtig ja wenn er ich glaube den musst du aber vorher im blutnetz jetzt halt freischalten ja dann kriegst du ja jede runde weil es der einzige skill der ist noch gemacht werden muss ja ob der jetzt jede runde kommt weiß ich nicht aber es ist auf jeden fall möglich dass es dann da drin ist dann kannst du es freischalten ja ja nice kann ich andere klamotten anziehen obwohl die klamotten sind schon sehr also der hat wirklich viele klamotten eigentlich der hat auch übel viele gesichter und so ein blauen totem ist das tor er ist hier oh Gott oh shit er bleibt da jetzt stehen ne oh er ist richtig mies naja schade was soll man denn als Glücksbringer mitnehmen doch ist eigentlich egal wir haben immer drei irgendwelche ne ja die mir gefallen mach ich mal rein also macht keinen Unterschied also es ist es ist es ist nur das das ist nur nur Deko nur Deko ich glaube ja ich habe keine Ahnung was das für den Zweck hat also ich mache immer nur irgendeine Reihe die am höchsten quasi sind oh ein Allentinstags Anhänger ach so guck an jo das heißt hm an dir hängen geblieben ja guck der guck der hat bei dir auch voll viele Sachen schon mhm süchtig nacht wie heißt das guck mal ich war dich dran das nimm ich das nimm ich jetzt schicke Bauchtasche ich nehme das der hat eine schöne Bauchtasche ich habe mal einen anderen krass ne ja ja wirklich wurde aber auch Zeit hm hm jetzt heißt es drei Monate den spielen Kappa na hm hm weißt du jetzt diese ganzen Fragenrunden die ich jetzt hier gemacht habe macht jeder mit ja das ist doch lustig jeder Follower ja bei mir sogar die hier diese Ulla die mir gesagt hat dass meine Brille mir mega steht das ist doch witzig hm hm oh aha Leon mag Mickey Mouse ja und wer nicht ist doch nicht schlimm hm man kann sie auch man kann auch Mickey Mouse mögen auch wenn man ein Mann ist erst dachte ich das ist ein Quiz von dir und dachte ich mir so scheiße nein alles falsch gemacht ne einfach alles einfach nur allgemein was ihr so halt mögt das hat mich bloß so ich hab das als Quiz gemacht hä was denn Instagram oder was ja auf meinem Profil Leon hat auch schön und das Biest so wie du ich hab eigentlich die meisten außer Jeanette Jeanette hat Cennerella und Annalena hat Jasmin und Lisa hat Jasmin ja Leon hat natürlich auch VW hab ich auch verkehrt geschrieben ja ich weiß Lisa mhm Maria hat Audi äh 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 Leon PS4 ich bin viel zu selten bei Instagram Maria auch Vicky auch alle haben PS4 ich nicht ich nehm PC hier ist mich mal gespannt guck mal Franziska hat Leon äh Franziska hat New York ausgewählt und Leon Malediven aha Malediven sind teuer man oh ha Alter da werdet ihr niemals in euer Leben hingehen können das ist viel zu teuer so teuer ist das nicht oh doch also du brauchst mindestens 3.000 bis 4.000 hä ja Leon hat das Spiel falsch verstanden Leon hat iPhone eingegeben aha ja dann hat er es falsch verstanden ja dann hat er Nudeln hä was macht er denn ich muss mal kurz gucken was er da macht Serie Nike hat er drin ah ja Maria hat rot hä sie macht doch grün hier sieben Tage Vollpension zwei Personen inklusive Flug Doppelzimmer Nutella auf Brot mit Butter definitiv 2200 mh Baden nur Wasser viel Schaum Wasser und Öl ja viel Schaum hä ich hab jetzt übrigens diese schwarze Salz schrauben Moment da sollt ihr nur ihr sollt das nicht nur ausfüllen was ich mag oder was ich mögen könnte sondern da was ihr mögt was dein was dein Favorit ist ja mit Butter ganz klar äh Leon hat übrigens Leon hat übrigens äh was ich mir übrigens bei Annalena gleich wundere Leon hat übrigens beim Küssen Augen auf und Annalena mit Zunge ja alter hä was ach das was du magst ist Mickey Maus oder wie ist das gemeint genau ja ich mag Mickey Maus aber ich will ja nicht wissen was ich mag was ihr denkt was ich mag sondern allgemein was ihr mögt von den Dingen ja ich bin eher König der Löwen was du was dein Favorit ist und nicht was mein Favorit ist Leon Schildkröte Jeanette Aal die Schöne und das Bies ganz klar Maria Adler Annalena Schildkröte VW Audi Mercedes ganz klar VW ne 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 nicht VW WV achso ja moin WV ja cool äh Xbox PS4 ganz klar PC äh 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 PC ganz klar PC ganz klar PC aber alle reisen reisen ganz klar New York klar guck mal guck mal Maria und ihre Frau liest Maria würde nur eine kleine Aufwechsamkeit sagen so Maria würde nur eine kleine Aufwechsamkeit geben und ihre Frau groß Pizza Salat Nudeln Pizza Film Serie Film Twitch Twitch Verdammt Serie Film Twitch Nike Adidas Puma Adidas Nein das muss Deutsch sein so blau rot grün äh grün du auch grün aha ja Augen auf Augen zu mit Zunge was Kuss ja gar nichts ja keine Augen ich denke mal Augen zu ne mit Augen auf wie creepy ist das Leon hat Augen auf drin ja das ist das Müll was er da gemacht hat Schildkröte Giraffe Adler Adler weil wegen Bubi so Bubi ist kein Adler es ist mir egal es ist aber eine verwandt er ist verwandt mit einem Adler im Herzen ist er genau Pool Meer Badewanne am liebsten Pool Leon hat Meer Annalena hat Pool du hast ja auch Pool ausgewählt bei mir und Franziska hat nein ich rede aber ich rede aber vom Pool her World Pool ne richtig Pool Pool also World Pool so let's go das was auch in der Badewanne gibt es auch schon malzeit malzeit immerzeit es ist irgendwas schnelles das Umschlag links ne Hexter glaube es ist die Legion ne es ist der Schnelle die Legion ist doch schnell oh ich bin aber nass oder oh wer hat gekackt er macht jetzt ein Umschlag ab und in dieser Einseln sammeln wollen er holt er kennt sich jetzt die Lieblingsdaten und er kann die Paletten sperren ich möchte ganz viele Totems finden vielleicht gute Perks bei ich von mir weg jetzt hinter mir in das Haus er rennt hier noch ganz schnell rum er ist wieder da er ist gegen die Palette gerannt jetzt ist er hiergegen gerannt jetzt ist er gegen den Baum gerannt jetzt ist er da beim weißen Haus oh mein Gott er ist in der Fall ich geh ich geh holen ich geh holen nein er kommt nein geh weg geht holen er ist hinter mir geht holen er guckt er guckt er guckt ja jetzt geht er zu Robert geht ja er ist die ganze Zeit bei mir man geht ihn holen ja ja er hat gesperrt Paletten gesperrt bist du jetzt nicht so lecker mit Franzi er ist die ganze Zeit bei mir er ist hier er ist bei mir Piss dich doch mal, Mann. Meine Fresse, hast du kein Verhause, oder was? Such, äh, Totems. Der Typ hat keine Real-Life-Freunde. Ich sag's auch so, wie's ist. Oh mein Gott. Wie kommt er denn jetzt her? Wer hängst du denn da? Auf dem Weg. Bei mir ist Backfest. Ach, bei euch ja auch, ne? Ja. Er kommt. Nee, das seid ihr. Das seid ihr. Ja, da hinten ist er. Da hinten läuft er. Ja, ja, komm. Wer ist mit der anderen beschäftigt? Ich seh's. Er haut ab. Er ist bei mir. Ich seh ihn. Er kommt zu mir. Oh, Brenn ist totem. Ja, mach weg. Er ist hinter mir. Oh nein. Nicht hier lang, komm. Ich bin oben im Haus. Oh Mann, ey. Bei mir ist bestimmt jetzt auch weg. Ah, nee, er hat mich. Ach, meine Fresse noch mal. Ach, meine Fresse noch mal. Er kommt da hin zu euch. Zum Bernd. Ja, klar. War klar. Mit Fullspeed. Ja, ich komm dich holen. Nee, alles. Das ist doch scheiße. Oh. Geht zum Totem. Oh nein, er kommt. Ja. Ist doch scheiße. Geh doch weg, Mann. Oh mein Gott. Hey, das kann man nicht sein. Warum denn? Pass auf, Herr Kau. Als ob er dich da nicht sieht. War ganz im Meer. Ich kann mich da verstecken. Er sieht mich sofort. Real Talk aus der Zentrale. Nee, das nervt gerade. Ja. Jetzt lass dich nicht hinlegen, da. Das... Oh. Hol Lisa, Robert. Äh, der Random holt schon. Nächste, nächste, danke. Oh mein Gott, kann ich gar nicht wieder gut machen. Ich komm holen. Ja, guck mal, er ist schon wieder bei mir. Das kann doch nicht sein. Ganz im Ernst. Mach ihn weg. Mach ihn weg. Nimm du ihn. Oh mein Gott, verpiss dich doch. Hey, das kann nicht sein. Warum denn? Boah, Lisa, nur am Raidchen, Alter. Lisa, nur am Raidchen. Ich installiere das gleich. Ich stehe hier im Spielen. Oh, jetzt liegt ihr ja beide. Oh nee. Und so dicht nebeneinander. Ja, ich bin noch gar nicht hochgeheilt. Okay. Ich kann mir die helfen. Erlaubt mir hinterher. Heil die beiden. Ja, ich bin unterwegs. Ja, ich bin unterwegs. Er kommt zurück. Ach, nö. Er guckt in die Schränke. Echt jetzt? Ja, jetzt kannst du, jetzt kannst du. Komm, komm, komm. Danke. Oh, und er ist schon wieder. Ich will nicht mehr. Echt nicht mehr. Alter, was geht denn für ein Ekelpaket? Ey. Wieso? Ja, endlich. Tötet er mich. Oh nein, du bist tot, ne? Ja. Ich hole den Render. Oh, Mann. Bekki ist auch live. Hab ich grad gesehen. Weil ich nen Glück machen wollte für Roby, aber... Nicht geschnippt. Auf die Minuten lang. Hm, du mohrt doch Tanks in der Spiel. Ich weiß nicht, was er spielt. Ey, der nervt, Mann. Der Typ ist nervig. Er ist oben im Haus. Ja, er ist hinter mir, ja. Wow, mein Gott. Alter, was ich der bin, Wichser. Der geht einfach durch die Mauer durch. Was ist das? Das hab ich ja noch nie gesehen. So ein Schmutz. Der bricht einfach durch die Wand durch. Was ist denn das für ein Perk? Wenn die so, ähm, world-mäßig sind, kann er das machen. Warum? Weil das extra für die Kidder ist. Ich komm nicht hoch. Also den Render. Oh, Gott. Alter. Der nervt echt. Ja. 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 Ich bin ja immer noch laut, obwohl ich den Perk habe. Könnt ihr mir das mal bitte erklären? Ja, das ist welches Perk, welche Farbe hat das Perk? Lila. Okay. Ja, keinem weiß das aber nichts. Also bei uns ist das nicht so laut. Ist es verlockt laut? Nein, es war richtig laut, das habt ihr gehört. Das verstehe ich jetzt nicht, der Perk bringt ja überhaupt nichts. Der ist ja richtig laut. Welche Tasten jetzt drin? Kann ich dir zeigen. Ja, 26.000 Bar, okay, Runde. Eiserne Villa hast du drinnen, ne? Warte, ich gucke. Eiserne Villa, siehst du ja, 100%. 100%, also sollte er seine Fresse halten. Eigentlich schon. Hält er aber nicht. Toller Perk. Vielleicht hat er irgendwas mitgehabt, dass es trotzdem laut ist. Hä? Sowas gibt's auch? Ja, er kann natürlich dich, kann er dich trotzdem hören irgendwo, ne? Logisch. Dass unsere Perks beispielsweise alle nicht funktionieren oder sowas. Natürlich, sowas geht. Ja, muss ich mal nächste Runde abwarten, ansonsten nehme ich den Perk wieder raus, der ist ja nutzlos. Aber eigentlich halte er dich dann nicht mehr. Nein, ich habe mich selber laut gehört, im Ohr schreien hörend. Äh, äh, äh. Der ist übel laut. Übel laut. Der ist lauter als Dwight. Und er hat den Perk. Hä? Hä? Jetzt erklär mir das mal, bitte. Heilungsgeschwindigkeit 25. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Frische Bartnälen nehme ich mit. Weiß ich nicht. Also wenn es nächste Runde immer noch jammert, dann nehme ich den Perk wieder raus. Weil das ist ja dann nutzlos. Und dann lädt ich wieder zu. Weiß ich wie wenn es nicht nicht so gut ist. Du weißt, dass du das überraschst. Ich bin dran, wie toll. Und dann? Ja. Ja, ne, ne? Ja. Und dann hab ich wieder im Back, ne? Richtig? ich? Ach, du mit deine Bugs. Ja, was soll das denn sonst sein? Das funktioniert ja nicht. Der Perk fun- oder muss ich ihn auf erste Stelle packen? Nein, ist das egal, welche Stelle. Ja, aber ist ein Bug. Funktioniert nicht. Ja, wir werden ja sehen. Vielleicht habt ihr ja recht. Vielleicht war das ja jetzt ein Killer, wo es nicht funktioniert. Ich spiele jetzt auch mal. Ich will mal gucken. Ich habe es noch auf gelb. Der schreit wirklich um sein Leben. Um die Ehre seiner Mutter schreit er. Hm. So laut ist der. Was hast du? Wo hast du? Und wenn da wirklich 100% steht, dann muss das auch 100% sein. Und nicht, dass man die immer noch hört. Ja, das ja. Völlig umsonst gestillt, das wäre es ja. Nee, völlig umsonst nicht. Er hat trotzdem gute Perks. Aber eigentlich sollte er viel, viel leiser sein. Viel leiser. Hä, wieso viel leiser? Gar nicht. Der ist laut gewesen. Ja, das hat man gesehen. Hat man gesehen. Gehört, meine ich. Richtig laut. Ich glaube, ich packe das jetzt auf 1 den Skill. Oh. Tönen. 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 Habe ich mal auf 1 gepackt. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ja, das, das, das wir denn sinnlos sind. Liegt das wieder raus. Wenn das nächste Runde immer noch laut ist, dann ist es für mich kein 100%. Dann ist es für mich irgendwie vielleicht 50%, aber nicht 100%. so, das ist mein letztes Spiel. Ich spiel doch gerade erst seit ne Stunde. Ja, du. Hm. Ja, bock. Nee, über ne Stunde spielen wir schon. Ich spiel schon seit 16 Uhr. Ja, ich kurz danach. Hm. Also schon fast vier Stunden. Na, so lange war, ne? Hm. Ja, ich konnte nicht früher. Ja, ich konnte nicht früher. Musste erst was essen. Alles gut. War vorher in der Badewanne. Und Becky war ja auch eigentlich vorhin bei uns im Discord und dann ging er einfach wieder raus. Wir dachten eigentlich, dass er mitspielt, aber... Und dann haben wir dich noch gefragt und dachten, ja, zu viert dann, aber dann ist er wieder rausgegangen. Er spielt jetzt DVD. Ja. Er spielt DVD? Ja. Hä? Ich werde mich verarschen. Mit den anderen. Mit Lottie, glaube ich, und so. Nee, du. Zu mir schreibt er... Ja. Zu mir hat er noch gesagt, er hat keinen Bock mehr auf DVD und der seh ich später, warte, es ist kein DVD mehr. Hier. Ja, ich spiel DVD. Ja, ich spiel Kill Your Friends, glaube ich, machen die. Ja. Ja. Naja, egal. Ich krieg nichts mehr, ich brauch die Karten nicht mehr. Wie, du kriegst nichts mehr. Ich hab 10 von 10. Ich krieg keine Geschenke. Naja, aber Bonusblutpunkte. Ja. Wenn jemand die öffnet. Wieso? wieso? So, Was macht sie? Sie hat sich im Ladekabel eingewickelt. Oh. Ja. Sie hat sich da reingerollt und festgehalten und war eingewickelt und hat geschlafen. Jetzt hat sie mich angeguckt, wie so ein Auto, wie sie nimmt sie das weg. Aber zur Zeit spielt sie wieder mit Kabel, das ist schrecklich schlimm. Ich glaube, ihre alten Tage nochmal jungen werden. Die ist gerade mal 35 Menschenjahren. Die ist halt wie ich. Ne, Nala? Die ist halt wie ich, ne? Ich hasse diese Map. Die Map ist gut. Sehr gut. Die ist Baba. Ich mag die sehr. Oh, Jen ist gesperrt. Sind wieder alle gesperrt? Ist das wieder so? Es ist Kotzi. Och, nö. Och, nö. Hat er den Jen angekotzt? Das stimmt. Machen die meisten mit der. Dass sie immer den Jen ankotzen. Piss dich. Oh, hör auf mich an zu kotzen. Oh, Wichser. Ja, das scheint eine gute Runde zu werden. Wie sie sich einfach nur anspuckt, ne? Ja, Robert, wir hängen zusammen. Ja, wenigstens gemeinsam. Nö, ich hänge nicht. Ich hab mich nur zweimal angekotzt und dann lag ich. Ja, okay, die Runde zählt nicht. Wir machen noch eine. Nein, nein. Ja, nein. Ja, nein. Nein, nein. Ja. Oh, mein Gott. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Er macht auch keine Schmerzlaute. Der spuckt nur rum. Hey, würde ich gerne heilen. Ich kann mich nicht heilen, ja, Morgen. Nee, man hat fast und ich dachte nicht keiner gleich auch danach. Aber der Schmerzlaute hat er bei dir jetzt nicht gemacht, wo der hat nur rumgespuckt. weiß ich nicht achte ich mal gleich auf eine geht nicht bei den killer geht die hängt hier und ich mache ich bin so ein trottel da kannst du nicht ich bin gerade richtig los gewesen die hängt hinter mir hier würde ich machen sind so richtig los sie kommt verstehe ich nicht die hängen doch da hinten warum taucht die auf einmal hinter mir auf hä das verstehe ich jetzt absolut nicht ja aber die hängen wir haben hat wurde doch davor aufgehängt da vorne aufgehängt auf einmal kam sie hinter mir hat sie sich geportet oder was nein das war hinter dir nein vor mir hängt doch jemand ich bin tot ach so ding zwei oder was dann habe ich in der falschen richtung geguckt ich muss mir nach links gucken bei den ganzen sachen was da steht sonst schaffst du das spiel nicht ich hab mich einstellen gemacht ne ich bin nicht dazu kommen wir müssen wieder kurz sie abwaschen ja das kotz die teil ist einfach zu weit weg perfekt weil sie jagen will sie will jagen sie will mehr blutpunkte warte nee ich bin ja komplett wieder geheilt er macht ja gar nicht ja bei mir ist er laut ich habe aufgelb bei mir ist er relativ laut ja das zählt nicht weil es kotzy ist eigentlich bringt den zu machen schon fast gar nichts mehr stimmt bist du hochgeheilt so eine glückssache bei jetzt überleben wenn ich überlebe aber toll ich hab dich geheilt und muss gleich wieder kotzen es ist der beste perk alle zeiten oh sack hast du wie immer ach von der falschen seite ja morgen man hört ja auch nichts und er schreit die ganze zeit du hörst nur dann warst du eben leise ich gucke dir zu und ich höre dich nicht echt aber ich höre mich doch selber oder ist das nicht selber hört man das trotzdem ich weiß es ja nicht ich weiß ja nicht wie das ist also jetzt wo ich die tue geguckt habe hab ich nichts gemacht ne lisa hat auch nichts und er verletzt ist beim bleiben zu fehlen ja dann ist es ein bug eindeutig muss ja ein bug sein kann ich mir nicht anders erklären ja komm hier häng mich auf hey aber ihr hört es im stream wie ich rumjamme ne im stream hört man das nicht hä guck im stream bei mir ja lisa guckt doch da ist nichts hören ich höre es die ganze zeit auf mein ohr dass er jammert dann müsst ihr das doch auch hören es ist doch im stream es ist auch gar nicht aktiviert mein perk ist nicht aktiviert ne rechts ist das nicht aktiviert deswegen war es jetzt lauter und warum ist der nicht aktiviert ich glaube du musst gebrochen sein oder so dass es aktiviert ist also das habe ich mir aber anders vorgestellt also der perk ist ja mal richtig nutzlos man muss gebrochen sein extra dafür damit dieser perk funktioniert ich weiß es nicht ich guck gerade nach bevor du hier gleich wieder los rant ist ja es ist ein bug ja gute runde du musst dich konzentrieren was konzentrieren wenn du da einfach nur rumliegst dann bist du laut wenn du aber dann ja dann bist du leise wie konzentrieren was ist damit gemeint ja dass du einen generator machst oder andere leute heils oder sowas nur da bin ich leise also wenn ich rumliege bin ich nicht leise ne wenn auf dem boden alles klar weg damit mit dem perk sonst bist du ja leise nein schmutz ich dachte man ist immer leise wenn man sich schön verstecken kann und so in büschen nein der kommt jetzt raus nur wenn du auf dem boden liegst und da rum liegst dann nicht wenn du wickelst oder so ist doch normal dass du dann brauchst du sonst leise sein das ist ja quatsch ja auch wo ich rumgelaufen bin er war ja laut nein ah nee also den Pöck habe ich mir anders vorgestellt so toll finde ich den nicht ich dachte er hält immer seine Klappe na das ist da das ist nicht so toll wie lebt jetzt ihn er war aus Versehen nee ich bin so ich hab duschen und ich gucke ja 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 sehr gut der wir machen wir ein bisschen nicht gehört ja ich mache es noch genug und sogar noch eine Stunde und dann würde ich nachher der Dschungel kann ich dir Bescheid sagen was passiert also können wir ruhig kurz kommen ne 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 das wollte ich nicht Bescheid sagen selbe seh tschüss 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 so wie er oder nicht gehört Prozent der Bericht weit raus Haken sabotieren kann ich drin lassen der Perkes ein und das große das große was Was? Da muss ich dir aber in die Wiederholung gucken. Nachher. Am Arsch nachher. Nennen morgen. Was ist denn? Ja, das große Backen läuft. Kommst du auch noch rein, Robi, oder? Ja, geh du noch bei Ihnen rein. Ach so. Ja, komm zu mir. Ich dachte, wir wären noch in einem Lobby gewesen. Oh, nee. Ich habe einen versiegelten Umschlag. Hast du auch? Ich guck gleich mal. Ist das der grüne oder der... Der gelbe. Der gelbe. Ansonsten habe ich genug Primeblüten, Lorbeersäckchen und Popschwanz. Hast du versiegelt? Hm. Nice. Ja, sorry, aber dann ist der Perk für mich nichts. Ich dachte auch beim Liegen... Ich dachte auch beim Liegen immer hält er die Klappe. Nee, beim Liegen hat er... Du kannst dich ja nirgends... Du kannst dich ja überhaupt nicht verstecken. Ich dachte immer, man kann sich verstecken hier in hohem Gras, wenn man liegt. Sodass der Killer einen nicht findet. Aber der Schreiter... Finde ich nicht gut. Kein guter Perk. Und dann muss man auch noch irgendwie eine Aktion haben. Äh, man muss fokussiert sein. Auch noch dazu. Bei mir hat er die ganze Zeit gebrüllt. Weiß ich nicht. Kein guter Perk. Ah, jetzt habe ich den genommen. Ich bin schon Level 35. Jetzt werde ich den erstmal ein bisschen skillen. Ja, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt. Holy shit. Ich dachte, der wäre wirklich leise. Naja, beim Laufen und so war er leise. Also, wenn du gejagt bist, bist du auch trotzdem leise. Bloß, wenn er dich haut, ähm, bist du auch leise, viel leiser. Aber halt, wenn du auf dem Boden liegst, bist du halt trotzdem so, wie die anderen auflaufen. Nein. Das war aber nicht so. Er hat trotzdem geschrien, obwohl ich mich versteckt habe. Er hat trotzdem die ganze Zeit geschrien. Also, keine Ahnung, warum es bei mir nicht funktioniert, aber für mich ist der Perk jetzt, äh... Den benutze ich nie wieder. Der ist für mich gestorben, der Perk. Und was kann er ja noch? Besonderes? So viele Skills hat er noch? Ich weiß es jetzt nicht. Ich hab mein... Selbstgeschwindigkeit 2. Nein. Ich muss dann erstmal bei dir gucken, was er noch kann. Wir schaffen das. Weiter ein überlegender Haken, äh, hältst du eine zusätzliche 100 Geschwindigkeit beim Heilen. Niederwild. Diesen Talent habe ich auch noch nicht gehört. Du hörst eine Hörwarnung, wenn du in einen 45 Grad, was? Kegel innerhalb einer Richtung und 8 Meter in den richtigen Totems schaust. Achso, man bekommt eine hörbare Warnung, wenn man... 8 Meter? Achso, das wird ja dann irgendwann mehr, ne? Ja. Also du siehst denn auch hinter dem Gebäude und Wände siehst du dann, äh, die Totems oder was? Du kriegst ein Signal. Nein, du siehst ein Signal. Du siehst ein Signal. Ja, wenn du in die Richtung guckst, ja. Ah, okay. Da fällst du auf jeden Fall, okay, da ist eins. Das ist für mich eigentlich sehr sinnvoll, weil ich sehe sowas nicht. Da musst du trotzdem suchen, aber du weißt auf jeden Fall, dass es deine Nähe. Das ist so schon mal vorteilhaft. 38. Keiner bald schon wieder Prestige erhöhen, ha. Du kannst die ganze Zeit deine eigenen Kratzspuren sehen. Du gehst um 20% schneller? Uah. Echt? Ach, gehen. Gehen. Nicht laufen, ne? Ah, okay. Du gehst schneller. Ah, okay. Interessant. Auch interessanter Perk. Du. 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 ihi? Du. 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 knotsager. Du. 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 ist becky aus der gruppe ausgetreten ja also franzi hat rausgemacht warum ja er meint wohl irgendwie irgendwie haben die sich wohl unterhalten und er mag dbd wohl nicht und was war wohl ich keine ahnung muss franzi sonst noch mal fragen wie das genau war und er schreibt da wohl eh nie wirklich rein oder liest da nicht oder wie auch immer wirklich weiß ich es nicht genau deswegen ich würde nichts falsches sagen auch eine indormap na geil hier ist wirklich selten dass ich hier das schafft es ist die legion krass meine fresse gibt es hier überhaupt irgendwo im weg kommt man hier überhaupt irgendwo mal durch was ist das für eine scheiß map holy shit ich habe schon keinen bock mal auf die map ehrlich die map ist ja ekelhaft es gibt ja gar keine richtigen das sind alles sackgassen überall du kommst fünf so durch du musst 3000 meter um weg laufen um zu einem gen zu kommen ich weiß dumm egal nicht mehr gern oh 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 mein Gott, nein. Shit. Er hat mich gleich. Meine Fresse. Oh nein, nein. Oder nicht. Oder auch nicht. Also ihr habt eigentlich fort viel Zeit, er jagt mich die ganze Zeit. Das ist gut, es gibt viele Blutpunkte. Ja. Und der trifft halt auch nicht, ne? Gleich Absicht? Nee. Ich glaube, er versucht es schon. Aber ihr habt bald keine Toiletten mehr. Oh nein, nein, nein. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Oh shit. Das war meine Schuld. Die ich schneller machen kann. Also auf jeden Fall auch bei mir. Wir werden da ein bisschen in der Nähe. Ja. Mal gucken, ob sie mich holt. Ne, sie macht einen Gen. Oh, Legionen ist bei mir. Ja, sie macht hier unter mir einen Gen. Was? Ja. Bistig. Ja, uns wird keiner holen. Glaube ich nicht. Doch, ich lieg auch. Doch, jetzt bewegt sie sich. Ich bin aber jetzt gleich schon in der zweiten Phase, das macht wo die Streuen. Beeil dich doch. Oh mein Gott. Oh Gott! Das ist mir nicht mehr. Oh nein, ein Wiesel! Ist er noch da? Ist er noch da? Ah, er hängt mich. Fuck is he? Was ist das? Ah, scheiß drauf. Das war einfach nur ekelhaft. Ich hab nichts gesehen, Schatz. Ich hab nichts gesehen, Schatz. Oh, bin ich schon tot? Ja, schon lange. Können wir ja gleich rausgehen. Ich hab eben nichts gesehen, weil du genau deinen Bratzkopf verdienst. Ah, ja. Der Bratzkopf ist wieder schuld. Kann nur besser werden nächste Runde. Ja. Richtig. Herausforderung auswählen. Schalte geöffnet. Was? Hä? 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 Die, die, die. Ja. gruppe 1 freigeschaltet was was ist denn das jetzt schon wieder pass freischalten ja ach so premium vorteile quasi so um Prozent vom Ende mitnehmen ich habe alle möglichen Blumen weil ich habe ein Traum und wir alles weil ich auch gewährt 75 Prozent Bonus auf tapferkeit ich habe frische Bartlecken habe ich da habe ich rein damit ok bisschen Motivation ich fahr grad Buschen nebenbei ja wo Lisa gerade gezockt hat Null dann bist du jetzt eigentlich frisch und gut motiviert ja na dann let's go hol dir Schokolade und dann geht's ab und die ist schon leer achso nimm das von mir das Bio hab ich auch genommen ok ja und mach ein bisschen Wasser rein mach ich auf 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 für das Lied das macht übel und ich weiß es nervt ha 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 sie auf 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 die die n das ist so da vor dir um n nix Nix. Ah, ja. Was? Was tust du da? Ich höre nichts. Ich höre Marty. Geil. Oh, du bist du das nicht fest an Eux-Taffy? Erdans, Taffy. Erdans, Taffy. Was denn? Was? Was? das ist ja auch sinn der sache das ist ja auch sinn der sache ich habe ins mikro reingesprochen du verstehen ist das nicht lauter gewesen irgendwie auch gottes mikro ist echt gut ne ja 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 anscheinend ja weil ich habe mich ja sogar selber auf den ohren gehört ja aber es war nicht so laut jetzt also wenn das funktion ist apropos ich brauche dieses programm dass ich mich selber auf den ohren höre damit ich nicht mehr so laut rede weil ich habe ja ich speichern abgedichtet hat hätte er habe und mich selber nicht höre das nervt ich will mich selber auf den ohren hören ich weiß nicht wo da liegt für keine ahnung davon ja ich auch nicht du musst du mal das freizium abfragen wenn sie das ja das möchte ich gerne haben so ein programm irgendwas stimmt mit hasi nicht jetzt kommen die lehrt immer rein in die gute stube badnägen badnägen oh das könnte man ja glatt als hintergrundbild nehmen krass aber den tiger haben sie echt gut hingekriegt finde ich ja es sieht nice aus franzi gefällt aber nicht sie sagt es gefällt ihr nicht mir gefällt ja ich finde aber krass dass überall in allen spielen chinesisches neujahr gefeiert wird in allen spielen die spiele feiert man chinesisches neujahr komisch ja wegen china ja ja schon aber wen interessiert wen interessiert china unmenschliche bedingungen da arbeitsbedingungen kommt nur china ware her weiß ich nicht es wird alles billig verkauft da billige arbeitskräfte und dann soll soll man das auch noch belohnen indem man chinesisches neujahr hat weiß ich nicht ne fühle ich nicht so richtig ich bin so dumm und fall mir runter dazu sag ich nix jetzt hm Das war's. Framsi guckt diesmal gar nicht zu, ne? Weiß ich nicht, sie wollte eigentlich zuschauen. Vielleicht ist sie noch duschen? Ah ja, sie ist noch duschen, na klar. Oder ist noch was oder so? Man kennt's ja. Man kennt ja unser Pappenheimer. Oh, nach dem Duschen hat man immer Hunger für dich. Kann das sein, dass der Killer afk ist? Keine Ahnung, also ich hab noch nix gehört. Deswegen, alle machen grad Jens. Alle. Also ich bin oben. Der Killer ist afk. 100 pro. Ich bin bei ein Jens, den man hat, kann man nur alleine machen. Okay. Ja, der Killer ist safe afk. Hast du eine Taftchenlampe? Ne, ich hab einen Wechselkiste. Schade, sonst hättest du ein Killer blenden können. Gibt's noch paar Blutpunkte. Das ist ja. Oh. Perf. Ja. Nein. Ja. 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 Ich habe eine Taftchenlampe. ich höre euch mache aber gerade was anderes alles klar also sie hört uns herzschlag ja ich habe auch gerade herzschlag gehabt ich supportiere mal ein paar haken es nur ein ausgang wie genau gegenüber nur einmal rüberläufst quasi also in die mitte durch und dann ja da links oder rechts genau gegenüber ich bin genau hier erwarte ich will noch ein paar haken sabotieren der klasse klasse ist halt nichts gehört aber jetzt haben wir herzschlag auf einmal es ist glockenmann deswegen deswegen hatten wir keine herzschlag gehört ich bin 9 habe ich habe es nicht geschafft bisschen übertrieben wir haben gesagt kommt doch nicht egal ist egal nur ich denke der länder wird der länder wird ja und er kämpft auch noch ja okay anstrahlen brachmann so dumm so dumm da denkst du er bleibt die ganze Zeit afk und dann ist sowas ja der ist geflohen das war in der das will ich über dennoch gestorben das ist absolut los ich bin hier wirklich noch gestorben ich glaube das nicht das ist so schlecht dass ich hier noch gestorben bin das ist so richtig schlecht ich bin da was nimmt er für blüten mit hast du wohl reichen wohl wohl riechende lorbeer rosen rosen habe ich ja ich habe frische prime blüten fast eine torte frische prime blüten habe ich duft küssen habe ich ja das war schade es war dumm da habe ich ja ich bin die ganze zeit über die palette gesprungen und ich dachte der killer wer afk und dann habe ich ihn gesehen und dann so achte scheiße und dann war zu spät da bin ich genau in den reingelaufen jetzt hat er ein free kill bekommen obwohl wir eigentlich alle hätten flüchten müssen ja obwohl er 5 minuten afk war ja 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 ich habe mich festgeguckt ich auch ich gucke gerade auf dem fernseher auf einen punkt deswegen war es so ruhig war ja mal gucken ob sie beim dschungel heute ne dinks machen dürfen ja eine eine prüfung äh ja natürlich gestern war keine stimmt deswegen deswegen war es doch schnell zu ende ich habe ja die ganze zeit hingeguckt aber wegen des windes konnten sie das nicht ach so die kriegen dafür zehn sterne wollen sie nicht weil weiß ich es abrechnen mussten das aber hier heißt wir haben alle essen bekommen zwei drei dafür können die ja nix wenn das wetter scheiße ist wir hätten für eine andere prüfung machen wollen es war eine prüfung in der luft und das war aber zu sind nicht ach so dass das netz ne das mit netz ne auf netz bringen ach so ja 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 habe ich gesehen stimmt ich dachte ich dachte ich guck so hin aber es ist vorbei habe ich gedacht ich habe es wohl die dschungelprüfung verpasst aber er war nicht so ich habe schon 15.920 schäben jetzt habe ich wieder einen überlebenden genommen der gar keine scherben gekostet hat na ja na ja zu Beobachtung, 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 Beobachtung! was ok los ja bereit seid ihr bereit teamarbeit ihr seid so bekloppt er m berlin duftkissen eine torte mir kommt er macht ja was dasselbe nochmal hey mach mal dasselbe nochmal oder hau dir das in den Ofen hey hau dir das mal in den Ofen ja Pommes Pommes? lecker gib mal ein paar ab wenn sie fertig sind boah shit was ist denn da? musst du auf die Toilette? dann geh doch schnell ja sie flitzt ja auch gerade ah ok das fällt dir aber früh ein ja wenn das so plötzlich kommt hä wie kann man dann plötzlich pinkeln das ist doch ein schleichender Prozess oh man oh gute Map die geht eigentlich ne ja 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 Oh, er hat gute Perks am Stein. Irgendwo müssen Grimm da sein. Es ist Dings, Grimm. Ja, haben wir schon gedacht. Ja, haben wir schon gedacht. Ja, haben wir schon gedacht. Okay. 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 Alright. Okay. Ich hänge genau am Ausgang. Ja, ja, alles gut, alles gut. Er steht auf jeden Fall da, beim Ausgang. Er wartet. Dann gehen wir zum anderen Ausgang. Er kommt, er kommt, pass auf. Wer auch immer das ist. Das bin ich. Oh, das ist aber noch verkackt. Ja, er fixiert dich. Ja, ja. Er hat mich gesehen? Ja. Lol. Er hat mich einfach gesehen. Hä, wie denn? Aber er läuft dir nicht hinterher. Er bleibt hier bei mir. Ja, weil er ein Arschloch ist. Ja, sie hat mich auf jeden Fall geholt. Ah, er ist ein freundlicher Killer. Ja, ja, genau. Er ist ein freundlicher. Hey, guck mal, wie er da um die Ecke guckt. Ist das gewünscht, Alter. Ist das gewünscht? Das, ist das, waszuwartoche. Ja, was ist das? Ach, sag mal. Nichts, oh! Ja, ja. Was denn? Aua! Okay, jetzt kriegen wir raus. Okay, jetzt kriegen wir raus. Scheiß drauf. Jetzt ist es aber nicht nett. Er lässt uns aber noch rauskriegen, alles gut. Ich weiß aber, wie er da steht. Wie am Ende doch. Alter, wie er eben komisch um die Ecke gelünscht hat. Das sah so lustig aus. So creepy. Richtig creepy sah das aus. Holy shit. Oh, ich habe herausforderungen erfüllt. Ja, ich auch. Ich bin 20.000. Ja, easy. Was? Rette acht Überlebenden vom Haken. Du musst sie sicher vom Haken befreien. Let's go. Palapaparalampampam. Und zweite? Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Ilisna, was ist das hier? Momento. Steffi hat mein Handy mit. Das ist gut. Ja, ja, sie schreibt ja auch im Handy. Ja, Steffi hat mein Handy mit und deswegen kann ich nicht gucken bei dir. Ich glaube, Steffi macht AA. Vielleicht. Wo musst du Steffi fragen, was das ist. Keine Ahnung, was das ist. Ja, bei Aufgaben halt. Bei Aufgaben. Ja, was denn bei Aufgaben? Ja, die, 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 diese, warte, das heißt, äh, sieht man jetzt gerade nicht mehr. Hm. Nächste Runde. Müsste ich jetzt wieder raus, müsste ich wieder auf Abbrechen gehen. Okay. Heilungsgeschwindigkeit. Oder warte. Ja, zwar da, aber alles gut. Okay, ich warte, ich brech mal ab. Es ist, äh, zweite Gruppe. Zweite Gruppe bei Herausforderungen. Ja. Der, ach so, der Spalt. Der Spalt oben bei aktuelle Florant. Was? Foliant. Ach so, der Spalt, da kriegst du, ähm, da, da kriegst du, ähm, ähm, na? So, Anhänger oder mal irgendwas anderes, wenn du da rauf gehst. Ach so. Dann kannst du rauf gehen und dann geht das so weiter, so boop, boop, wie so ein Battle Pass. Immer wenn du rauf gehst oder, 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 wenn man's vergisst, muss man immer rauf gehen, jede Runde. Ähm, das wird dir eigentlich angezeigt, wenn du da einen Fortschritt hast. Ah, okay. Ja. Also alles gut. Oh, ich hab 95.000, ich sollte mal wieder Blutpunkte machen. Da, 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 da. Selbstbewusst. Oder... Du hast einen wirksamen Weg gefunden, dich vom Haken zu entkommen. Warum? Die hätte drei zusätzliche Fluchtversuche. Uns beide. Eine Runde noch und dann Schluss. Ja. Alter, zusätzliche zwei... Alter, die Chance vom Haken zu fliehen ist zwei Prozent höher. Ist ja auch interessant, ne? Das auf lila? Mhm. Das auf lila ist bestimmt stark, ne? Ja. Es macht auf jeden Fall einen Unterschied. Wenn man das mal sagen kann. Mhm. Definitiv. Ich gucke den mal. Was? Du hast... unbestreitbare Fähigkeit. Erhalte eine erhöhte Warnung, wenn du... 45 Kilo innerhalb der bla 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 bla. Ach, Totem Scheiße ist das. Hm. Ich bin jetzt schon wieder Level 40. Ich kann bald schon wieder Prestige erhöhen. Ja, siehst du. So nice. So richtig gut. Ah, da ist er wieder. Sapoteur. Ein Orangener wieder. Ah ja, Level 40. Deswegen, ne? Neuer Skill. Let's go und... Nächsten neuen Schweizer freigeschaltet. Sapoteur, entfesselt das Potential der Aura-Wahrnehmungsfähigkeit. Du siehst die Aura vom Haken in einem Radius von... 56 meter um die stelle an denen du dir eine belebenden auf das ist doch nur für den killer sag mal saboteur das ist doch eigentlich nur für den killer das ergibt ja keinen sinn entfestigt das potenzial der aurea du siehst die aura von haken in einem radius von 56 meter um die stelle an der gute einen überlebenden aufgenommen hast du hebst du hebst auch kein überlebenden hoch nein auf der ein überlebender aufgenommen wurde quasi wenn da einer aufgenommen wurde dann siehst du das wo drum rum um ihn herum die haken sind damit du die sabotieren tanzt das macht ja mehr sinn wenn du die haken siehst du sabotieren kannst die wenden ein weiß das schon nicht schlecht 15 Prozent und zu entspannen ja nicht nachher anrufen naja okay naja okay ich habe keine geheimnisse hast du geheimnisse ganz sehen die freilie nicht mehr als wir geheimnisse haben mhm total hä was ist denn verkohltes hochzeitfoto sind genauso klein wie nacken hast du geheimnisse oder was nein ich habe keine geheimnisse nur freien freienzeit hat mir eine audio geschickt habe ich gesagt ich höre dich später an ja ja kennerschön was falsch ja manche sachen äh möchte man mit den anderen auch nicht halten manchmal braucht man geheimnisse ist es einfach so jeder braucht geheimnisse klar aber geheimnisse logisch wenn alle was anvertraut so wie paul oder sonstiges oder ein krist anker mama was auch immer wer aber oder du zu mir oder ich zu dir mein gott ja ich habe auch geheimnisse die keiner weiß nur ich ich habe so geheimnisse dass das geheimnisse geheimnisse sind so richtig geheimnisse ich habe schlimme geheimnisse beispielsweise die sind nicht so schön die sollte nur schlimme geheimnisse ja die sollte lieber keiner wissen die wird glaube ich nie jemand erfahren Franziska lacht uns aus mhm jeder hat geheimnisse ich habe das auch nur als spaß empfunden jetzt mach jetzt schon wieder nicht auch ein theater geheimnis geheimnis ich höre bloß auf Lisa ist dran gepisst ja 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 das war ein t-shirt ich habe so gemacht ja ist gut übertreib jetzt nicht ihr kriegt während des doch nichts nicht schon wieder nur anstrengend kein bock ja vergiss es motivation schleich schon wieder im keller Na, hörst du auf? Ja, komm, der Killer ist gleich da. Oh, ich weiß, wer es ist. Ach, sehr gut, sehr gut. Es ist AFK. Also, er war nicht AFK, ich hab ihn gesehen, aber er ist halt rausgegangen. Weil er bestimmt die Map nicht mochte. Oh, 5000 Blutpunkte geschenkt. Ja, aber unsere Gegenstände sind weg. Unsere Zusätze und so. Das ist ätzend. Das ist richtig ätzend. Naja, egal. Das größte Problem ist, wir müssen halt schon wieder so lange warten. Ja, das dauert jetzt wieder eh. Ja, das ist halt das größte Problem. Ich nehme Prime-Blüten-Duftkissen oder Lorbeer-Rosenkranz-Duftkissen. Das ist ich. Was hast du? Das lädt noch. Das lädt noch. Oh, kauft in den Blästel. Äh, ne, äh, PC. Kabi. Ja. Machst du das gerne mit mir? Na klar. Na, dann komm ich morgen vorbei. Ich hab mein Gangstatt nicht verloren. Ach, der darf nicht. Du hast, ja, du hattest doppelt wahrscheinlich. Mhm. Ich hab noch frische Prime-Blüten. Ich hab frischer Fuchsschwanz. Frischer Fuchsschwanz. Hab ich auch, tatsächlich. Na, dann mal los. So. Wenn wir jetzt die Runde auferkacken oder allein rausgehen, ist trotzdem meine letzte Runde. Nein. Warum letzte Runde? Der dann spielt Lisa. Hä? Ja. Hey, wie, was? Nee. Hä? Ich spiel doch danach nicht weiter. Natürlich spielst du weiter. Nein, wir wollen TV gucken. Ja. Einer kann TV gucken und der andere kann spielen. Ja, wie soll das denn gehen? Ja, indem er einen zweiten Fernseher daneben stellt. Ja, na, ist klar. Ich spiel schon seit 16 Uhr. Mach den Baum mit drauf, Hase. Ein Paro-Pan-Parorama, oder wie das heißt. Was da richtig schön mit drauf ist. Sieh, das muss ich aber nicht. Wir sollten den Baum ja nicht fixieren. Na, dann ist der wohl überblüht. Ich spiel jetzt. Sollst du den Baum ja nicht fixieren? Ja, gut. Jetzt brauchen wir uns auch noch. Ja, schön. Perfekt. Pek-pap! Nee, ich will nicht. Oh Mann, Alter. Ich schlöse jetzt schon, komm. Guck mal, du bist schon präumt. Ja, großartig. Ja, das ist schön großartig. Nein. Doch. Das ist schon super. Nein. Du bist mit nichts Kleines zufrieden, ne? Hä, das ist nur Bronze. Deiner kommt Silber und Gold. Und dann erst Blutrang. Das ist schlecht. Ja, das ist doch gut. Das ist schlecht. Ja. Was bist du? Du bist schon Gold. Ja, ich zocke ja auch mehr. Ja. Ja. Doch, ich zocke mehr. Ja, heute. Heute habe ich ab 16 Uhr gezogen. Ich war vorhin Silber 1. Ja. Und Silber 1 war ich glaube ich fast eine Woche. Mhm. Da bin ich einmal hängen geblieben, ey. Ah, geistig? Auch, ja. Wo jetzt bleibe ich bei Silber 1. Ich wollte nicht ein Fortschritt. Nervt voll. Nervt, nervt, nervt. Mhm. Bambam. 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 Ich bin schon 189. Wenn ich morgen nochmal spiele, bin ich 200. Cool. Nee, bestimmt nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Wie weit geht das denn überhaupt? Keine Ahnung. Hast du unbegrenzt? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Also so Profi in dem Spiel bin ich nicht. Das ist... Weiß ich nicht wie lange es geht. Wie hoch. Ja, ich hoffe unendlich. Weil ansonsten hätte man gar keine Motivation mehr, überhaupt noch was zu machen. Weil es ja eigentlich immer dasselbe ist. Ja, aber ich würde ja immer schwieriger, ne? Hä? Nö. Überhaupt nicht. Doch. Killer für Killer ist es schwieriger. Ach, du meinst, weil man alles freischalten muss. Auch die Killer oder was? Nein. Nee. Das wird nicht passieren bei mir. Killer ist bei mir tabu. Killer komme ich überhaupt nicht klar. Ich bin ja als Überlebende gerade mal so lala. Und dann noch Killer? Nee. Robert, breit. Sag das doch. Das ging aber jetzt gerade relativ früh. So schnell. Papapapala. Lampampampam. Kannst du ja schon mal gleich den Stream anmachen. So. Und 21.40 Uhr. Du musst mal ja mal gucken, wie die Pommes aussehen, ne? Ba-la-ba-ba-la-lam-pampam. Oh, reicht jetzt, Mann, diesen scheiß Ohrwurm. Lisa? Was soll das? 見 ich gut. Dann ja in der ganze Gruppe. Ba-ba-bada. Hmm... Wahrscheinlich hat ceciadey das auch schon gesummt. Hast du das bestimmt. oder heute an dem Bett schlapp-pap-pap-pap-pap heute hört sie heute hört sie noch den Song auf YouTube wie war da noch mal der Song? wie hieß der da noch mal? den da ihr gesummt habt ah ist das Scream äh ne ne Michael Myers meine ich das ist Michael Myers er hat mich noch nicht gesehen ich habe übrigens rausgefunden hab nur mit der hier die Reparatur-Blackzeugkiste mit der und dann großartiger Fähigkeit check dann kommt nein voll weg Michael Myers ist es ne? mhm er hat mich nicht gesehen na Jen ist gleich fertig na ich seh ihn wenn du ihn siehst dann lädt er sich an dir auf ne vergesst das nicht ja guck er hat dich gesehen lau kommt Kipzack drauf weil er sieht aus wie es das ist so dass er sich nicht fixen mit hat da hinten läuft er ich seh ihn oh nein da hat sich bei jemanden aufgeladen die Melodie ist immer noch ekelhaft von Michael das gibt immer so eine Flashbacks von früher hmhm hmhm geht jemand dem random holen ne ne Du hast ja sonst nichts zu tun. Ah. Ja, moin. Piss dich. Piss dich. halt es hängen ja zwei und keiner holt die was da los jetzt hängen wir zu dritt Prozent 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 willkommen Robert. Das ist mir klar. Er ist immer nur hinter mir, ja. Er lädt sich an irgendjemanden auf. Piss dich. Piss dich. Piss dich. Piss dich. Piss dich. sein falls er noch nicht fertig ist kannst du ja machen er ist noch nicht fertig ich mach den hier hinten hinterm haus fertig er ist hinter mir es super das war ich gewesen ja auch mal bei dir ja das war's nein natürlich was das war gleich fertig nein das ist vorbei Nein! Ah, ich bin auch tot. Cool. Oh, 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 oh. Ah, da ist Runde ein. mit so einer scheiß runde können wir nicht aufhören doch ich höre jetzt auf ihr habt gehört leute wir sehen uns das nächste mal wieder mal gucken ob wir morgen wieder am start sind aber ich denke mal schon ja auch nicht also ich denke mal schon dass ich noch mal ein zwei stunden noch mal zack ein zwei stunden sind wir zu wenig so drei sind immer gut für den stream ja hast du jetzt auch gerade eigentlich ja die drei stunden nicht voll aber ja ist okay ja hast du glaube ich kurz kurz vor 20 uhr hast du da angefangen ja ja ich zum stunden jetzt schon ja ja gut dann reden wir morgen nachmittag morgen nachmittag denke ich mal werde ich wieder anfangen gegen 17 Uhr ungefähr wenn du da auch schon mitspielen möchtest reden dann mal rüber zu pecky denke ich mal schon noch online ist ja eigentlich schon ne ich will ja auch dabei sehr leicht wir anzeigen ja ist online dann reden wir mal rüber dann tschüss Chatty tschüss Chat Gute Nacht Chat okay, wir müssen nochmal kurz gucken, ob ich dieses Ratschel werde. Alles klar. Tschüss, tschüss. Gute Nacht. Tschau mit V. Wiederschauen. Und reingehauen. Raid beginnen. Zehn Sekunden. Jetzt raiden. Mein Handy muss unbedingt...